Haha, diesmal wird's ein guter Einbruch. Dann kann ich Gucci und eine VR-Brille holen. Das wird cool, aber vorher muss ich's erst mal schaffen. Oh, da ist das Haus ja schon. Hände hoch oder ihr bekommt was. Gebt das Geld her und euer Auto. Ein Lamborghini, wenn's geht. Und draußen stand die Polizei und dreht die Tür ein. Aber zum Glück sieht der Gangster aus dem Fenster, dass die Polizei kommt. Dann saß der Gangster im Knast, weil er eingebrochen ist. Und nebendran standen die Polizisten. Das war ein Video über das siebte Gebot. Dann beheb O suits euch. Schöne. 1 Schäfer. Schöne. Schöne.